Der Maas muss erobert werden, das ist klar, nur unter was für Verluste. So viele Verluste, was ich hinnehmen muss. Die Aliens haben aufgebildet die neighboring Territory. Die Technologie hat gut, 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 was ist erforscht worden? Gepanzerter Roboter-Turm ist gut. Sonsten kann ich eh auch nichts Neues mehr machen. Wir könnten ein U-Lab-Gepanzerter-Turm, äh, super, Metall komfortabel, gut zu wissen. Gefechts-Turm, ja, könnte ich jetzt auch mal bauen. Wow. Kann jetzt ein bisschen mehr machen, kann ich da auch ein bisschen mehr machen. Dreht Minen, hey, praktisch. Anzüge, schwerer Kampfanzug. Ja. Ich kann die schweren Kampfanzüge bauen, halleluja. Baue ich gleich mal sechs Stück. Ich würde es jetzt ein bisschen dauern, bis ich die habe, aber egal. Kühler, brauche ich nicht. IM-Sichtfeld, ist mir auch wurscht. Ähm, opropro. Neu, Labor, Werkstatt, Spezialgießerei, Metalllager. Damit wird das auch erledigt. Das baue ich gleich mal als erstes. Damit mein Metall drauf geht. Wir können neue Territory attacken. Ja, ja, ja. Eine neue Station wurde auf dem Planeten gebaut. Äh, ja, auf dem Planeten und nicht, in der... Äh, ja, jetzt aber schon, äh, Personal da würde ich hin. Bau, Werkstatt. Übersicht. Hoch, yes! Ich hab alles, was ich brauche zum Überleben. Äh, Spezialgießerei geht mir ja noch ab. Wenn wir mehr rauhen Materialien bekommen, werden wir ein neues Gebäude konstruieren können. Sonsten brauche ich eh nichts. Äh, dann mache ich noch schnell die Spezialgießerei. Da kann ich eigentlich Sniper machen. So, Werkstatt, Werkstatt, Werkstatt. Rein da. Ein neues Gebäude hat sich an der Basis konstruiert. So. Bauhof wieder raus. Produktion. Waffen, ähm, Waffen der Menschen. Schusswaffen, Präzisionsgewehr, mach ich gleich zwei Stück. Großmagazine. Was sonst noch alles, was sonst noch alles. Ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich kann den bauen. Eigentlich. So, jetzt mach ich erstmal die Anzüge. Das ist mir wurscht. So, Roboterchipkarten ist erforscht. Jetzt ist alles eigentlich nur noch kompliziert und schwer. Schwierig, kompliziert. Das ist mir gucken. Kompliziert, schwierig, kompliziert. Was erforscht ich denn? Das braucht ich da nicht nochmal. Treibstoffüberschüssig, verdammt auch mal. Das geht sich noch nicht ganz aus. Befragungszentrum, Befragungszentrum braucht dafür. Projekts, die researcht. Lass sein. Magnetro. Loll. Wir sind jetzt able to construct a new type of building. Äh... Befragung... Ah, Befragungstechniken. Na gut, gehe ich da hin. Ähm... Die Lebenserhaltung. Die hat sich interessant an. Wir können die neue Territory attacken. Unsere Territory hat erbaut. Ah, verdammt nochmal. Wo, wo, wo? Die Station hat erbaut. Wir können die neue Territory attacken. Die Input der Erbauten hat erbaut. Da oben. Ähm... Müsste eigentlich jetzt bei der Produktion... Ja, habe ich schon ein paar. Truppen. Neuer, schwerer Kampfanzug. Trist dich gleich mal bei denen aus, die was am schnellen sterben. Na gut, du stirbst ja nicht schnell, aber... Ja, wissen wir was ich meine. Die, was wichtiger sind und die, was halt schnell stirbt. So aufgeteilt. Intuition. Wenn es Kraft passt. Dürfte die auch nicht mehr ganz so schnell down gehen. Und Ausrüstung. Wow! Das nenne ich episch fett viel Platz. Leider habe ich noch keine Sniper. Das finde ich zwar sehr schade, aber, hey, wer braucht Sniper, wenn man so viel Scheiße mithaben kann? Alienwaffen. Da nehme ich gleich mal einen Raketenwerfer. Okay, das... Pups, Pups, Pups und Pups. Ah, wenn das nicht genügend Platz ist, dann weiß ich auch nichts. Du auch gleich. So, alles. Ah, ich habe keine Magazine mehr. Scheiße. Ähm... Oh, das ist schlecht. Mir gehen die Magazine aus. Okay, da muss ich dann ein bisschen... Ja. Produktion. Menschliche Waffen. Großmagazine. Ganz rauf. Äh, mal ganz viele. Und... ...das schnell zurückerobern. Ah, scheiße, ist jetzt Nacht, oder wie? Ah, wenn ich jetzt genau in der Nacht angekommen bin, dann... ...nervt das mich. Ah, nee, zum Glück ist noch... Ne, okay. Scheiße. Da gibt es kein Glück gerade. Das ist einfach nur Scheiße, wo ich jetzt bin schon wieder. Na gut. Ihr geht vor. Man kennt das ja. Und wie ist es? Ja, ich lebe euch, Herr. Sektor ist mein. Bereit, Herr. Bereit, Herr. So, ihr kommt dann gleich mit. Und ihr dürft dann ein bisschen zurückbleiben und mit euren fetten neuen Ausrüstungen ein bisschen rumpallern. Ja, da kam schon an die ersten Feinde. Ups, wollte ich jetzt nicht. Sag mal, willst du mich verarschen, Lassou? Jetzt aber. Ähm, was zur Hölle? Ähm, jetzt habe ich es gerade mit meiner Links- und Rechts-Taste. Ähm, nein, du gehst da nicht weg. Geh mich raus! Kein Problem. Ich habe Visual. Target? Identifiziert. Ähm. Au, 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 au. Rüber da. Rein da. Oh Gott, da ist jetzt nur Scheiße gerade auf dem Weg. Und, äh, ja, okay. Ich habe Visual. Ich habe Visual. Ja, ja, ich gehe. Ja, bitte mal Gas geben und weg da. Oh, nee, echt jetzt. Für was gebe ich dir eigentlich so einen guten Kampfanzug, wenn du eigentlich nur Scheiße tust? Und, äh, ja, okay. Port dich mal rum. Macht ja auch nichts. Ähm. Alles schießen, was geht? Den Roller. Alles auf dem Roller. Was geht? Ah Gott, dann gezieltes Feuer, wenn ihr euch eh gegenseitig umbringt. Du heilst mal da rüber. Wie soll ich das tun? Ah. Na's. Da geht es um. Bargeld nach EDIT. Ähm. Tür dazu, bitte. So, anstatt mir nicht möglich sein Dwight. Ah, Gott, also, ich habe das L million-�apell gut auf. Ich schreibe Sie, Sir. Ja, Sir. Du brauchst etwas. Bereit, Sir. Gehen Sie, Sir. Es gibt nichts mehr zu tun. Gehen Sie jetzt. Ich schreibe Sie, Sir. Ja. Gehen Sie jetzt. Das muss jedenfalls mehr sein. Ihr macht mal auf und ballert raus. Ballert mal raus. Entschuldigung, Sir. Ich kann nicht. Ich bin unter Attacken. Kein Problem. Wo ist das? Ich höre Sie, Sir. Ich höre Sie, Sir. Da darfst du mal etwas spezielles ballern. Ich höre Sie, Sir. Ich bin unter Attacken. Ich höre Sie, Sir. 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 Ich höre Sie, Sie sind unter Attacken. Ich bin unter Attacken. Ich bin bereit, Sir. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich gehe jetzt aus. Gehen Sie jetzt. Ich höre Sie, Sir. Ich habe Sie unter Attacken. Keine Orte? Kein Problem. Was ist dann? Er ist vorbei, Sir. Ja, Sir. Klar. Warte auf die Orte. Ich höre Sie, Sir. so du hast noch eine Rakete aber das wäre jetzt wohl nicht so gut noch mal mit einer Rakete ballern wäre jetzt eher ein bisschen blöder deswegen dass du das röstliche Magazin verballern Ihr Ordner Sir Any Ordner? Ich schreibe es dir, Sir. Ich werde das tun, oder was? Ah, schnell mal das Vieh töten Au Ah Gott Nein, das war ja klar Ah, Spielladen ähm Na gut, ich darf von Anfang an keine Munition verschwenden, ich muss so schnell wie möglich da rein Ich will dich, Sir Ja, ja, ich werde das tun Ah Gott Laufen Laufen Einfach rein da Ich bin bereit, Sir Ich bin bereit, Sir Ich bin bereit, Sir Gehen jetzt Was soll ich tun? Was soll ich tun? Du bist verrückt? Oh, was? Du bist verrückt? Oh, was? Ich bin bereit, Sir Ich bin bereit, Sir Repositioning. Ja, Herr. Ich bin bereit für Orte. Ich erwarte Orte. Bereit, Herr. Du brauchst etwas? Hör, du kannst das nicht machen. Das. Ich fange gleich an zu heulen. Aus einem perfekten Spiel ist das schon mal keiner. Das ist klar. Zum Glück habe ich nie behauptet, dass ich einen machen werde. Naja, ich habe auch mal behauptet, dass ich nicht so oft laden, dass ich versuchen werde, das Spiel so zu spielen, ohne immer wieder zum Laden und Fehler zum ausgerätigieren. Hat sich ja wohl auch nicht ganz so bewahrheitet. Ich bin bereit für die Zunge. Ich redebe dich, Herr. Er ist bereit, Herr. Sie sind bereit für die Zunge. Wie soll ich das tun? Ich bin bereit, Herr. Ich konnte das nicht machen. Ich konnte das nicht machen. Ich konnte das nicht machen. Ich habe einen. Ich bin bereit, Herr. Ich bin bereit. Ja, Herr, jetzt. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Herr, ich konnte das nicht. Sind Sie bereit, Herr? Ja, ja, ich sehe einen. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Nein, du sollst da nicht weggehen. Ich brauche dich, Herr. Ich brauche dich. Jetzt kommt es raus, es funktioniert nicht. Ich brauche dich. Ihr seid zu... Ich bin jetzt raus. Ich sehe einen. Ich bin ein, Herr. Du brauchst was? Ich brauche mich wieder. Ich brauche die Verwaltung. Ich brauche die Verwaltung. Ich brauche die Verwaltung. Ich brauche die Verwaltung, Herr. Was soll ich tun, Herr? Ich habe dich jetzt. Nein, Herr. Was? Ich muss sie alle holen? Ich kann das nicht tun. Ich kann das nicht tun. Bereit, Herr? Ich habe die Tür zu. Ich bin unter Feuer. Ich höre Kontakte. Ich habe dich, Herr. Was ist next? Ja, ja. Ich sehe ihn. Dann alles mal auf den verdammten Pernat. Du wuchst die Tür wieder zu machen. Ich werde dich auf die Tür. Ich werde dich auf den Schatten. Die Tür wieder auf. Wir machen das. Ich werde dich auf! Der Schatten ist meine! Ich werde dich, Herr. Ich kann mich verletzen. Die Tür, Herr? Ähm, das kann ich lassen. Du kannst dann wieder auf normale Waffe wechseln, weil Raketenwerfer sich anscheinend nur sehr mäßig was bringt. Und alles mal wieder auf den. Ich höre Kontakte. Bitte bitte Tür dazu, es zieht. Der Sektor ist mine. Ich muss dich anfangen, meine Leute mit Nahkampfwaffen auszurüsten. Wäre, glaube ich, nicht mal so abwegig. Schon langsam habe ich einen Punkt erreicht, wo Nahkampfwaffen sogar einen Sinn ergeben. Ja, ja, ich sehe ihn. Muss ja, muss ja so sein. Alles auf die Spirne, bitte. Auf die nächste Spinner. Ähm, nee, du sollst die Tür zu machen. Ah, ganz. Egal, dann töte ich erst die Spinner und jetzt mach ich die Tür zu. Keine Ahnung, wie es geht, dass die Tür noch zugeht, aber es geht. Du könntest dann mal deinen Anzug reparieren, mal. So, das nächste Stachelschwein. Pack mal den Raketenwerfer aus, Munition sparen. Der Sektor ist mein. Was ist jetzt? Kein Problem. Kein Problem. Ja, ich schieße dich, Sir. Ja, ja, ich schieße dich. Ich höre Kontakte. Ich schieße jetzt raus. Attachung! Ja, das geht. Geh mich raus! Was ist jetzt? Kein Problem. Dann wird er wieder hin. Wie hast du? Er ist vorbei, Sir. Ich werde das jetzt ansehen. Ihr seid bereit, Sir? Ich werde das jetzt ansehen. Ist das jetzt ansehen? Ich werde sie jetzt ansehen, Sir. Ich werde dich ansehen. Ich werde dich ansehen. Ich werde die Ansehen ansehen. Ja, Sir. Ich bin unter Anrufe! Los geht es! Ich muss sie alle schaffen? Ich bin der Anfänger! Ich bin bereit, Herr. Ich muss sie alle schaffen? Der Anfänger! Die Anfängerung! Das ist wieder ein wenig Heil. Was ist passiert? Ich bin der an! Ich bin der Anfänger! Ich habe mich gelungen. Ich habe deine Ordnung, Sir? Entschuldige, Entschuldige. Entschuldige, Entschuldige. Und warum mache ich nicht, ich hab' alles getroffen. Du kannst das nicht! Welche Ordnung? Du kannst nichts tun. Ich habe dich gelungen. Alles mal ein bisschen heilen. Hoffentlich sind das dann mal die letzten. Ich habe dich bereit, Sir. Entschuldige, Entschuldige. Du brauchst was? Tierwissen, Geruchssensor, Tierwissen, Gewehr. Kann nicht verwendet werden, das ist schlecht. Wenn ich nur irgendwas davon verwenden könnte. Mein Alien ist so ziemlich der einzige, der was noch irgendwie ballern kann. So, ähm, speichern, Bunker, Türe auf, und alles mal auf die Echse ballern. Ähm, Türe wieder zu. Du, du darfst dann mal wieder auf Heilgerät wechseln. So. Ich habe einen neuen Plan für dich, du stellst dich mal da hin. Schmeißt deine ganzen Sachen auf den Boden. Stellt sich ein bisschen da nach hinten. Dann kommt die Samantha. Und hebt alles wieder auf. Mal gucken, hat das irgendwas noch dick drin? Einzel, gezielt Schaden. Schüsse, 25 noch. Unterweg. Was ist nächstes? Aber noch besser als nichts. Waffe mitnehmen. Die letzten paar Schuss dann noch. Ich habe noch eine Anrufe. Any Anrufe? Ähm, oder hat eh keiner mehr was zum Ballern? Ich muss jetzt gehen. Es wird nicht funktionieren. Nee, du brauchst die Waffe. Was ist nächstes? Attachung! Au! Ich bin unter Feuer! Er ist vorbei, Herr. Ich rede dich, Herr. Ich rede dich, Herr. Ich rede dich, Herr. Du darfst dich wieder in deine Ecke stellen. Der Sektor ist mein. Nein. So, stirb du, verdammte Echse. Au! Ja, nee, ist klar, jetzt kommt... Nein! Echt jetzt? Boah, na gut. Damit sage ich, ciao Leute, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Was meine Reaktion darauf ist, werdet ihr in der nächsten Folge mitbekommen.